Hallo, das ist jetzt schon ein bisschen her, da haben wir zusammen ein Seminar oder einen Vortrag gemacht. Wie war das nach diesem Seminar, nach diesem Vortrag? Gab es da so ein paar Dinge, die Sie bewegt haben, die Sie für sich erkannt haben, wo Sie gesagt haben, da kümmere ich mich jetzt drum, das setze ich um? Und wie ist das jetzt, ein bisschen später? Haben Sie das umgesetzt oder ist das irgendwie wieder verschütt gegangen? Dann kam vielleicht so diese Alltagswelle über Sie herein und hat Sie überrollt und alles in Vergessenheit geraten. Vielleicht nutzen Sie ja dieses Video, um so diese Gedanken von damals wieder aufleben zu lassen und sich jetzt um das zu kümmern, was Sie damals machen wollten. Und wenn Sie das wollen, dann helfen Ihnen drei ganz einfache Fragen. Die erste Frage davon ist, was genau haben Sie in diesem Vortrag eigentlich gelernt? Was ist Ihnen deutlich geworden? Vielleicht auch, was ist Ihnen wieder deutlich oder bewusst geworden? Die zweite Frage ist, wie wollen Sie das in Ihrem echten Leben, in Ihrem eigenen Leben, in Ihrem Arbeitsalltag, in Ihrem privaten Alltag umsetzen, einsetzen? Und die dritte Frage ist, wann wollen Sie damit anfangen und was genau wollen Sie dafür tun? Wenn Sie mögen, mit dieser Mail bekommen Sie ein kleines Arbeitsblatt, das sind solche Fragen nochmal drauf für Sie. Das dauert nicht lange. Also wenn Sie Lust haben, kümmern Sie sich darum, sind fünf Minuten. Lassen Sie die Sachen Revue passieren und gehen Sie dran. Viel Spaß damit und ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Vielen Dank, Ihr Peter Brandl.